Yes, genau so muss das laufen. Heyo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Heroes of the Storm. Ja, ich habe gerade mein Team gefunden und wir springen direkt in das Spiel. Da sind wir auch drin. Wir spielen auf der Map Dragonshire und ja, werden dann doch direkt mal loslegen. Ja, was haben wir denn hier? Hm, Chang Chang. Okay. Mal schauen. Ich gehe einfach mal auf die Top Lane und schaue mal, wer mich da begleiten tut. Wenn mich überhaupt keiner begleitet. Ja, Diablo kommt zu mir. Ja, kommt da. Ne, kommt da nicht. Was soll das denn? Ah, okay, das ist ein Beweis. Ja, ich wusste immer noch nicht, was das sind. Don't die alone. Ja. Gut, ich bin aber alleine hier oben. Mal gucken, ob ich da ein bisschen helfen kann. So, ein bisschen da. Oh, die haben da unten den Sergeant Hammer. Die haben keinen, das ist ziemlich krass. Ich hoffe, dass der immer schön rausgenommen wird. Dafür sind, ist von denen noch keiner auf der Top Lane. Heißt, oh, okay, da ist er. Der ETC. So, ja. Wir sind halt ein Tank. Mal gucken, ob ich da überhaupt was reißen kann. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Hoch. Ja. Oh, 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 lass mich in Ruhe. Haha. Habe mich geschildert. Ja, als Supporter alleine. Jetzt auch noch gegen zwei. Ist natürlich nicht so nett. Mal im Team eben Bescheid sagen. Dass ich hier nichts reißen kann, wenn ich alleine bin. So. Naja, steht voll in der Wave. Und dann. So, mal eben so viel Schaden noch blocken, wie geht. Ah, komm. Komm her. So, und ich gehe jetzt mal an das hier oben. So, damit kriege ich Life wieder. Ich hoffe, dass ich ihn übernehmen kann. So, eben Ansagen. Habe ich übernommen. Und jo. Dann kämpf mal mit mir hier. Komm, trau dich. Hast du doch gar keine Chance gegen mich. Hau ab. Nein, hat der ein Schwein. So, ja, jetzt brauchen die nur noch in der Mitte. Einen kleinen Anstupser, dass die da auch loslegen können. Ja, er reckt sich jetzt voll. Das heißt, im nächsten Kampf bin ich ihm unterlegen. Ich hoffe, dass die da, ja, in der Mitte machen die halt mit drei Mann, drücken die dagegen. Schauen wir mal, dass wir hier so ein bisschen Schaden an den Tower machen können. Oh, nein. Das war natürlich viel Schaden für mich. So, ja. Jetzt holt er sich die... ...den Schrein da oben. Oh, es sind beide Schreins weg. So, jetzt muss ich dafür sorgen, dass er drin stehen bleibt. So. Krass. Habe ich gar keine Chance so gegen, oder? Ja, auf jeden Fall haben sie schon mal den Punkt verloren. Ich bin tot. Ich habe gar keine Mana mehr. Guys, I need some help. I'm a supporter. Extra damage to targets, ja. Mal schauen, what jetzt ist. Ja, ich sagte ja, ich bin jetzt total unterlegen gewesen, ohne Mana. Die drücken auf Bot Lane. Hart durch. Oh, da habe ich ihm Crit gegeben. Ich gehe direkt. Okay, okay, hilft mir erst. Ja, kommt, halt echt. Jetzt kann ich kämpfen. So, mal eben Voodoo sagen. Voodoo Go Dragon. So. So, dass wir hier das Ding haben und... ...den Drachen endlich mal aktiv kriegen. Muss mal aufpassen, dass das jetzt keiner taket. Ja, die kämpfen da gerade in der Mitte schon um den Drachen. Jawohl, da haben wir ihn. Das heißt, ich kann auch hier ein bisschen drücken. Oh nein, lass mich doch nur wo, du. Piner. Oh. Komm, kämpf mit mir. Oh, das ist ein Tank. Ganz fieser Tank. Nein, 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 lass mich, lass mich, lass mich. Hallo. War das Knopf? War das Knopf? Äh, ja. Und zurück in die Base. Hardcore war das ein Knipper-Kampf. Okay, auf der Top Lane wird gerade gedrückt. Die AP von unserem Drachen sinkt rapid. Wo ist denn der? In der Mitte. Ah, da drückt er. Die A-Blues aber auch da drin. Ja, dann müssen wir mal schnell da hoch. Dass hier nicht zu viel Tower gedrückt wird. Oh mein Gott, da drückt... Oh nein, da drückt eine Menge. So, das heißt, da rein. Die L-L-A-Gesting. Und dann müssen wir hier ganz schnell... Ach, da ist der Healer noch. So, hier wieder ein Schild drauflegen. Die töten. Der Healer ist down. Hard. Okay, die Wand ist auch fast eingerissen. Ich bleib jetzt einfach so stehen, dass... Dass da nichts mehr kaputt geht. Puh. War echt knapp. Haben Gott sei Dank noch nichts verloren. Aber ich hab auch nichts... Also, diese Mule hab ich nicht skillen können. Weil die jetzt geschrumpft wurde. Also, die Skills etwas geändert wurden. Dass ich das nicht sofort skillen kann. Ah, der Wreck-Glob liegt da vorne. Auch nicht so gut. So. Aber das läuft doch jetzt hier. Top-Lane haben wir auch. Ein Tower-Down. Ah, vor Bot-Lane sind die gerade am pushen. Wie es so aussieht. Okay, jetzt ist er mich. Wir bleiben mal stehen. Vielleicht defendet noch einer auf der Bot-Lane? Ich weiß es nicht. Uh, yes. Jetzt kann ich hier das ganz allein machen. Ja, ich bin hier Solo. So wie er unten Solo ist. So, Freeze auf mein Auto jetzt. Jetzt hab ich den Freeze-Strahl. So. Den chillen. Ja, so immer ein bisschen drücken. Läuft ganz gut. So. Ja, das ist noch hier. Jetzt kommen wir meine Minions wieder. Oh, da haben wir ihn hier wieder. Die Schilden. Ihn töten. Da merkt er direkt, dass er keine Chance hat. Aber die sind ja zu zweit hier. Oh, zu dritt. Zu viert. Zu fünft. Ja, schieß mich weg, bitte. Boah. Lol. 5, 4, 1. XD. Ja, jetzt drücken die halt zu fünft hier oben. Wir können den Drachen grad nicht aktivieren. Ich hoffe, dass die auf den anderen Lanes grad genug machen. Was machen die? Minions. Ähm. Ja, nichts ist allzu produktiv. Ja, doch, Diablo ist schön weit vorne drin. Da ist steht ja... Äh, ist die erste Burg ja auch schon kaputt. Aber hier drücken sie grad komplett durch. Das heißt, ich geh jetzt direkt da hoch. Und hoffe, dass ich noch retten kann. Das Gebäude. So. Jetzt nimm ich ein Schild drauf. Und hier. Einen haben wir. Na, kriegen wir den dann auch noch. So. Mal gucken. Er will einfach nicht drauf gehen. Schön, schön, schön. Weiter, weiter, weiter. Ich übernimm das Ding. Malfurion holt sich dann den Drachen. So, das lief doch schon mal. Yes, genau so muss das laufen. Das hat dir jetzt nichts gebracht. Du bist doof. Okay. Oh nein, da ist hier noch einer. So. Hallo. Ja, gut. Ulti noch gezogen für mich. Ich hoffe, dass, äh, unser Drache hier ein bisschen dagegen kloppen kann. Helf ihm bei dem Schild, Diablo. Ah, okay. Ja, das hat jetzt nichts gebracht, weil wir haben nur das Schild runtergehauen. Das regeneriert sich eh. Das Sgt. Hammer ist da oben. Aber, genau. Unsere Diablo-Barbarin kümmert sich schon um Sgt. Hammer. Oh yes, er wollte sich gerade zurückbeamen. Uh, jetzt kriegt er richtig einen aufs Maul. So. Ja, ich werde ein bisschen die Minions aktivieren. Slaus-Target. Increased Movement Speed. Twice. Ich mache jetzt hier den. Ähm, werde mich um die Minions kümmern und, ja. Dass wir da ein bisschen mehr Druck aufbauen können. Oh, ich sehe gerade. Es tut mir leid. Ich wollte noch neben hier... Ich denke, das darf ich, ne? So. Da haben wir das doch auch. Oh, Diablo, ganz knappes Ding. Das war natürlich vom Teamplay her voll arschig von mir. Aber, ja, komm. Drauf da, drauf da, drauf da. Schön. Ah, das wird auch nichts. Und jetzt... Uh, Sgt. Hammer. Ja, das Night Camp auch noch holen. Ich bin schon dran. Ich gehe aber... So wollte ich mich stellen. Kann ich nämlich alle mit der Area treffen. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Hey, ich wollte mich hier doch treffen. So, drei, zwei, eins. Noch einsetzen. Ja, ich kann die zwei beiden, äh... Areas zwar gleichzeitig legen, aber es wird nichts bringen. Also, das macht dann nicht doppelt Schaden. Der hat Aggro von beiden Towern. Schilden. Hier alles wegdrücken. Schießt immer noch da rauf. Kriege ich dir nochmal ein Schild. Leave only Ruins. Okay. Kümmern wir jetzt nicht einmal um den Drachen? Weiß ich nicht. Naja, die stürmen gerade alle nach vorne. Zu viert. Fünf, alle fünf draußen. Das heißt, ich kann hier ein Rohr drücken. Wir machen hier mal dann so viel kaputt, wie es geht. Jawoll. Schön. Also, das ist natürlich jetzt ein Hardcore-Push hier mit den beiden Hardcamps. Auf den schießt denn der? Auf den. Ja, immer schön die Minions schilden, die... Äh... Aggro von dem... Von der Towerbase haben. Oh ja, genau. Spring da mal rein. Das könnte gut ein Ende sein. Ja, das war's. Komm. Weg ist er. Und, das war auch die Runde. GG. Wir gehen nochmal richtig schön in Morph. Das ist mir doch egal. Tu mir doch an, was du willst. Yes. Ja, wieder eine saubere Runde. Ja. Okay. Gibt's nichts weiter zu sagen. Schön. Das war wieder eine Runde Heroes of the Storm. Und, ja. Wir sehen uns dann... Morgen wieder. Tschüüüüüüüü.